Sascha! Was ist denn los mit dir? Warum bist du so nervös? Möchtest du darüber reden? Man, ciao, ich kann's nicht mal richtig ausbrechen. Tschüssi, ciao! Das ist der Salme. 2 0 1 0 0. 4 0 0. 5 0. 7 0. 7 0. 8 0. 5 0. 7 0. 22 0. 4 0. 8 0. 9 0. Wer ist denn da? Wer ist denn da? Sascha! Ich kann mir vorstellen, wie enttäuscht Sie von Ihrem Sohn sind. Aber glauben Sie mir, er ist äußerst begabt. Er braucht jetzt nur Zeit, um sicher zu werden, ob er es wirklich will. Er betreut. Ich bin schwul. War gar nicht so schwer. War gar nicht so schwer.